Was ist die Angst? Erstmal wurde mir die Angst genommen. Ich bin ja ein Angstpatient. Es wurde auf jeden meiner Wünsche eingegangen. Das war schon mal ein großer Schritt, was mir gegenübergebracht wurde. Nach dem ersten Tag war die Angst weg. Mein Lebensstil ändert sich ganz und ja. Ich kann jetzt auch mal Leute anlächeln. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ich kann jetzt nur von mir ausgehen, das ich empfehlen kann. Den Leuten würde ich raten, ruft an, informiert euch. Ihr seid auf der sicheren Seite. Dental Prime steht für mich für Qualität und ein schönes Ambiente. Eigentlich fühlt man sich wohl hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.